...Bitte Platz in der Einspäder-Wertung. The result for Katja Helpoffs from Germany in the Marathon 102.18 points. Total points after Versage and Marathon 158.45. Third place right now in the single competition. Und Hindernis Nummer 5, jetzt alle hinschauen und Daumen drücken für Fabian Genziert in der Sporthaus Ferdinand, Deutschland, Germany in Marathon 105, now the World Champion.